Hallo zusammen. Ich denke, die meisten Kork Keyboarder kennen Sebastian Siegel. Er hat uns ja für das PA 1000 wie auch für das PA4X Musikant ein tolles Akkordeon Sample zur Verfügung gestellt, eine HONA Alpina 3. Und jetzt hat er uns noch etwas anzubieten und zwar hat er eine Zupan, ein Zupan Akkordeon gesampelt, ein Zupan Akkordeon aus Ahorn. Ich blende einmal ein Bild ein. Dieses Sample wird in den nächsten Tagen fertig und daher auch käuflich zu erwerben sein. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Sebastian hatte mir seine Beta-Version einmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Viel Spaß beim Zuhören von dem Zupan Akkordeon gesampelt von Sebastian Siegel. Zupan Akkordeon 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018